Hey, let the darkness take control Hier ist auch sonst keine Munition Fuck ey Das ist echt blöd Das ist richtig blöd Da oben steht auch noch einer Hier drauf wäre ein Schalldämpfer ganz gut Auf der Sniper Pass mal auf, ich versuche mal mit dem Bogen den da hinten zu killen Den da oben auf dem Turm Geh schön weg, geh einfach weg Ja fuck, der auf dem Turm lebt auch noch Scheiße Den haben wir also nur irgendwie gestreift oder so Was, von hier? Nein, von hier kam das nicht Von hier kam das nicht, um Gottes Willen So, Munition anfertigen Sprengstoff Das ist doch auch mal was Das wär's Aua Oh, wir haben an der einen jetzt gerade drei Kugeln gebraucht Ja, was ist denn, komm Komm, Ellie, beeil dich Da will ich das jetzt gerade schon deutlich besser Ganz ruhig Was hat der denn dauernd mit seinem scheiß Dynamit Er da vorne Also vom Schaden her ist der Revolver echt gut Das muss ich sagen Der macht ordentlich Damage Aber Warum haben die denn keine Muni für uns? Scheiße Was ist denn mit dem passiert? Oh Also das gleiche, was er hat, will ich nicht Das sage ich nochmal Da mal nachladen Okay, da ist erstmal keiner Den können wir vielleicht von hinten Ganz ruhig So ist gut, so ist gut So gefällt mir das Jo, da sagst du was, Ellie So, alles mitnehmen Alles sauber, sagst du Das glaube ich nicht Okay, wir versuchen langsam fortzurücken Okay, Gesundheit sieht noch ganz okay aus Will ich mal sagen Könnte besser sein Aber könnte auch deutlich schlechter sein Da oben ist noch ein bisschen Muni Okay Okay Okay, wir haben ein Medikit Das heißt, wir können eins auf jeden Fall verwenden Ganz ruhig Ganz ruhig Ja, komm nur hier runter Komm, trau dich Verschwunden Findet ihr Versteck Genauso Das ist gut So lief das schon ganz gut Bis jetzt Okay, wunderbar Leider haben die beide keine Muni Hat der eine zumindest keine Muni gehabt Jetzt gerade Die auch nicht Das nehmen wir alles gerne mit Danke Der hat auch keine Muni gehabt Zwölf Kugeln haben wir Im Moment Geht besser als gar nichts Sag ich mal so Können wir da noch nachladen? Ja, können wir Wir müssen zu jeder Zeit schussbereit sein Das ist das Problem Hier auch noch einmal nachdurchladen Ich glaube draußen ist erstmal keinem Ruhig Ganz ruhig Wunderbar Danke Danke Okay, der Pfeil ist leider kaputt gegangen Das nehmen wir auch noch mit Danke Da liegt sonst noch was Ja, guck mal Ein bisschen Oh, Shotgun Muni Okay, mal eben schnell auf die Shotgun gehen Weil die Shotgun ist für solche Sachen echt besser Und das erinnert mich doch stark an den ersten Teil Wo wir im Krankenhaus waren Da hatten wir ja auch so gut wie keine Muni am Ende Glaube ich Ist natürlich auch schon ein paar Tage her Aber Nichtsdestotrotz Computer Ja, ganz nett Aber bringt uns nicht viel Im Moment sehe ich hier aber auch keinen mehr Okay, das ist schon echt ein großes Camp Oder eine große Basis Was die hier aufgebaut haben Ich glaube schon, dass hier noch welche sind Sonst wäre die Musik jetzt gerade nicht so dramatisch Oder so angespannt Kann man wahrscheinlich etwas besser sagen Alles nur nicht die blöden Hunde Weil die können nämlich unseren Standpunkt gut verraten Und das sollen die nämlich gar nicht Ja, geil 14 Muni Das hört sich schon mal gut an Also 14 Schuss für die normale Pistole Das ist schon mal sehr gut Für den Shotgun Muni wäre nicht schlecht Okay, hier wären wir also auch reingekommen Hier ist nichts Ich schau mal eben, ob der Typ Der Ne, ne Latte brauchen wir nicht Ein altes Brett Ich schau mal, ob hier oben noch irgendwie was ist Tatsächlich, guck mal Der hat sogar Munition dabei gehabt Nur ein Schuss, aber immerhin Hier liegt auch noch was Ein Schuss Wunderbar Ich glaube, hier haben wir alles aufgeräumt Oh, ein Pfeil von uns Danke Das heißt, wir haben tatsächlich daneben geschossen Okay Gut Dann rücken wir jetzt langsam weiter vor Ah, guck mal Da ist noch einer So Okay Da laufen auch noch mehrere Also einer läuft jetzt hier gleich vorbei an der Tür Glaubst du das wirklich, junge Dame? Ganz ruhig Ganz ruhig Okay Okay, das waren viel zu viele Kugeln Viel zu viele Das war schon besser Wir gehen da sofort durch Okay, die Musik hat aufgehört Das heißt, ich glaube, wir sind jetzt erstmal safe Ach du Scheiß Was ist hier denn los? Danke Danke Kommt, nimm den Alkohol mit, Ellie Hallo Geht doch So Okay Weiter Sonst noch irgendwo ein bisschen Muni oder sowas Pfeile würde ich auch wohl nehmen Okay, hier sind wir Okay, ich glaube nicht Da drüben hatten wir nämlich alles abgesucht Das heißt, hier ist der einzige Weg, wo es weitergehen kann Komm, 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 aufmachen Wunderbar Und schön wieder zumachen Gut Okay, hier steht ein Generator Liegt hier hinten noch irgendwie was? Nein Okay Der Revolver ist noch nicht ganz durchgeladen Das hörte sich doch jetzt gerade ganz verdächtig nach Klickern an Oder irre ich mich da? So schön vorsichtig Zuerst mal hier sichern Okay, hier ist alles sicher Was haben wir hier? Ein Zettel Eine Notiz Wow Vorratsliste Dringend Alkoholtücher X Lot Wattestäbchen X Verbandsmull X Selbstklebende Mullbinden Ähm Mull Okay Wenn möglich Du sucht jeden Winkel im ersten Stock Da sind noch ein paar Räume, die wir nicht geöffnet haben Da drin könnte etwas nützlich sein Haltet euch von den unteren Teilen fern Sam Okay Also quasi das, was sie suchen sollten Irgendwas tropft hier Danke, danke, danke Ein paar Pillen Dann noch ein Stück alte Schere Oder Messer Oder sowas Hast du das, Nora? Okay Okay, hier höre ich Musik Da geht's gleich rein Nein, da geht's jetzt rein Guck mal, da ist eine Frau Scheiße, wann war Abby hier? Bin ich blöd Du lässt uns sagen, wo sie hier ist Wenn Isaac darüber mit uns hält Das habe ich kein blöd Ich mach mir Vielen Dank.